Ja, bevor es mit dem ersten Speaker gleich losgeht, möchte unser Gastgeber selbst uns noch von ihm ernannt ein Amisköl kredenzen. Und ich denke, wenn ich Amisköl sage, dann wird er ganz genau verstehen, was das auf Deutsch bedeutet. Er arbeitet nämlich als Trainer, Speaker und Coach in fünf Sprachen. Er treibt sich in diesen Rollen auch mehrfach mehrere Monate im Ausland rum. Insofern ist er die Idealbesetzung zu diesem Thema. Darauf sollten Deutsche im Ausland achten. Nochmal einen herzlichen Applaus für unseren Gastgeber und Moderator Dr. Martin Emrich. Dankeschön, Dankeschön. Deutsche im Ausland. Das finde ich einfach grandios. Ich liebe es, ich liebe es. Vielleicht gehe ich nur deshalb ins Ausland, weil es so spannend ist, wie wir da wahrgenommen werden. Und ich möchte euch in den nächsten Minuten ein paar Tipps geben, auf was ihr achten solltet, sobald ihr wieder reisen dürft. Irgendwann wird es passieren. Und ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel Erfahrung, weil ich über die Hälfte meines Geldes nicht auf Deutsch, also nicht in deutscher Sprache und auch nicht in Deutschland verdienen. Und das hilft fürs Deutsch sein. Weil dann erlebt man immer wieder, was ist eigentlich Deutsch? Das merkt man ja gar nicht, solange man hier ist. Dann denkt man, das wäre normal. Sind ja alle so wie ich. Aber sobald ihr mal woanders seid, ich war jetzt ganz lange in Afrika zwei Monate, durfte dort auf Französisch Führungskräfte Trainings leiten. Und in Amerika und in Asien. Und ich finde es total spannend. Wir fangen aber an mit euch. Ihr seid ja immer noch auf Mentimeter und ihr dürft mal folgende Frage beantworten. Welchen Ruf haben Deutsche im Ausland? Was ist denn Deutsch? Nicht wie ihr das denkt, sondern wie ihr denkt, dass die anderen denken. Schwieriger Perspektivwechsel, also früher am Morgen. Aber was glaubt ihr, was ist unser Ruf im Ausland? Wie ist The German im Meeting? Wie ist The German in einem internationalen Projekt? Wie ist The German bei Meetings? Das interessiert mich. Und ihr seht hier die wundervolle Wordcloud, die sich hier aufbaut. Das ist eure Meinung. Wir nutzen hier die Schwarmintelligenz. Jetzt seid ihr schneller. 41 Leute haben schon gewotet. Übrigens, wenn das mehrfach gewotet wird, wird es dicker. Und ihr seht, pünktlich scheint so das Attribut zu sein, das uns am meisten im Ausland auszeichnet, in eurer Meinung. Gefolgt von diszipliniert, genau, geizig, okay. Präzise, total spannend. Badetuchreservierer, das ist sehr schön. Humorlos. Was hast du gesehen? Wo ist die Bratwurst? Ja, da unten links, Bratwurst. Exakt, korrekt. Imperfect, Imperfection. Okay. Super, ihr dürft gerne noch weitermachen. 49 Leute haben schon gewotet. Es gibt ganz, ganz viele Wahrnehmungen. In Italien sagen die Leute immer, Martino, sei troppo rigido. Das bedeutet, du bist zu rigide. Das habe ich ja auch schon gesehen. Also rigide, irgendwie so zu strukturiert. In Spanien, wisst ihr, wie wir Deutsche in Spanien heißen? Wir Deutschen? Cabeza cuadrada. Das bedeutet Würfelkopf oder Quadratkopf. Quadratisch, praktisch gut. Ja, so sind wir. Also richtig schön strukturiert. Kein unnötiger Smalltalk. Ja, immer straight to the point. Ja, und dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Nämlich war ich kürzlich bei einem Business Meeting in Brüssel. Und wir waren ein Italiener, ein Franzose und zwei Deutsche. Und wir hatten zwei Stunden Zeit für dieses Treffen, hatten mega viel zu besprechen. Und der Beginn des Meeting war, dass die Italiener gleich mal gesagt hat, eh, prima di iniziare questa Reunion, warum wir nicht ein Café prendre? Und warum wir nicht, bevor wir starten, 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 warum wir nicht kürzen, warum wir nicht kürzen? Warum wir nicht kürzen? Warum nicht kürzen? Warum nicht? Eine große Franzose hat gesagt, aber natürlich, wir haben viel Arbeit, Nein, es ist nicht möglich, jetzt einen Kaffee zu nehmen. Es muss erst einmal arbeiten. Wir müssen jetzt arbeiten. Und vielleicht später, wir können zu einem Restaurant und essen etwas. Nicht McDonald's, das ist toll. Aber ein Restaurant, später. Wir können etwas essen, warum nicht später. Okay, also zwei Essensvorschläge zum Beginn des Missings. Jetzt kam der Deutsche. Was hat er gesagt? We only have two hours now for the meeting. The first thing is we need the agenda. We cannot now go and drink the coffee or think about the dinner because now we have to work. And before we start, I want to go through the agenda and we have certain rules for the meeting. One rule is no mobile phones allowed and now we start with the meeting because we have a lot of points on the agenda to cover. Okay. Und dann war ja noch ich, auch ein Deutscher. Und so ging die Geschichte aus. Ich habe mich solidarisiert mit dem Italiener und wir haben tatsächlich erst ein Espresso getrunken und sind nicht mit der Agenda eingestiegen. Und es hat lang gedauert. Der Espresso hat 15 Minuten gedauert, die wegfiel von dem Meeting. Aber wir haben uns erst mal kennengelernt. Wir haben uns erst mal ausgetauscht. Menschlich sind wir uns erst mal näher gekommen. Und die anderthalb Stunden, die dann noch übrig waren, haben Dicke gereicht. Haben Dicke gereicht. Um dann noch die Inhalte zu besprechen. Und das ist mein Tipp an euch. Wenn ihr Meetings macht, seid nicht so, wie es da steht. Seid ein bisschen lockerer. Lasst ein bisschen los. Und es spricht viel dafür, ein Espresso zu trinken, bevor es losgeht. Es spricht viel dafür, erst mal sich informell zu beschnuppern, bevor man reingeht. Und dazu habe ich schon vor vielen Jahren die 3C-Regel erfunden, die guten Smalltalk auszeichnet. Guter Smalltalk startet mit der Chance, überhaupt Smalltalk zu machen. Das heißt, ich darf auch als Deutscher die Möglichkeit wittern, wo passt es, und es dann machen. Also nutzt die Chance, Smalltalk zu initiieren. Und es ist immer sehr gut am Anfang von dem Meeting. Zweitens, ihr braucht Mut für Smalltalk. Courage. Warum Mut? Naja, es ist kein Smalltalk, wenn ich sage, schönes Wetter heute. Das ist kein Mut. Sondern mit Mut ist gemeint der Mut zur Selbstöffnung. Ich muss ein bisschen was von mir preisgeben. Ich muss was erzählen über meine Kinder, mein Urlaub, mein Lieblingsessen, mein Dialekt. Öffnet euch, liebe Deutsche. Setzt die Maske runter von dem Arbeitnehmer und zeigt erst mal, wer ihr als Mensch seid. Das will der Italiener wissen, das will auch der Franzose wissen. Sonst sind wir wieder Cabeza Quadrada. Und das wollen wir nicht sein. Deshalb zeigt, wer ihr seid als Mensch. Und dazu gehört Courage, Mut zur Selbstöffnung. Und drittens, der Smalltalk sollte bitteschön charmant sein. Damit ist gemeint, positiv. Der Deutsche denkt ja, Smalltalk wäre, wenn wir sagen, oh, war das wieder ein Stau auf der A7. Ja, stimmt. Der war da. Aber den habe ich ja eh schon erlebt. Warum muss ich den jetzt nochmal im Kopfkino nochmal abspielen? Ja, mach doch einen schönen Smalltalk. Mach doch ein Kompliment. Sag doch dem Italiener, Mensch, schön, du kennst dich bestimmt aus mit Espresso. Was trinkst du gern für Arten von Kaffee? Oder frag den Franzosen, wo ist denn das gute Restaurant? Ich weiß, du kennst dich hier gut aus. Also seid sympathisch, seid nett. Viele Deutsche denken ja, Smalltalk wäre gemeinsam klagen. Und jammern dann so gemeinsam und versuchen so Kontakt aufzubauen. Dazu gibt es auch den schönen Witz von einer schwäbischen Familie, der sitzt am Abendessen und sind alle da, Oma, Opa, die Eltern und der Sohn. Und der Sohn ist 18 Jahre alt und er hat noch nie ein Wort gesprochen. Und es gibt Maultaschen zu essen. Und auf einmal spricht der Sohn seine ersten Worte mit 18 Jahren und sagt, Mutter, die Maultasche sind zu trocken. Und alle sind ganz aufgeregt und sagen, Sohn, du kannst ja doch reden, aber all die 18 Jahre, warum hast du denn nie ein Wort gesagt? Und der Sohn sagt, ha, bisher ist ja immer alles recht quer. Leider ist das Mindset nicht nur des Schwaben, sondern des Deutschen. Also wenn es nichts zu motzen gibt, braucht man das gar nicht. Lass es doch weg. Das ist Zeitverschwendung. Lass uns doch sofort zur Agenda kommen. Und Deutsche gelten international tatsächlich als schlechteste Smalltalker der Welt und innerhalb Deutschlands sind die schlechtesten Smalltalker, die Schwaben. Das größte Kompliment ist, nicht schlecht. Oder nicht geschumpfen ist genug gelobt. Ich darf das sagen, ich bin selber Schwabe. Also Tipp an alle Schwaben. Wer ist Schwabe hier? Also an uns besonders. Wir sind eine Hochrisikogruppe, was schlechter Smalltalk anbetrifft. Also die Schwaben sollten mehr Smalltalk machen, aber auch alle Deutschen. Und dann klappt es auch mit internationalen Business-Meetings, wenn wir uns ein bisschen mehr trauen. Also ganz vereinfacht gesagt, wir sollten ein bisschen mehr uns lösen von der Agenda und einfach ein bisschen mehr loslassen. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus